Willkommen, mein Name ist Thomas Hippesreuther von Remax Eko Gensandorf. Wir sind jetzt hier in Matzen, wo eine Drei-Zimmer-Wohnung zur Vermietung gelangt. Die Wohnung umfasst insgesamt 76 Quadratmeter und teilt sich auf in ein großes Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, eine Küche, Bad und WC getrennt. Besonders erwähnenswert ist ein kleiner Balkon, von dem aus sich die untergehende Sonne in Matzen wunderbar genetzen lässt. Folgen Sie mir! Folgen Sie mir! Folgen Sie mir!